Wenn man bei Film und Fernsehen vom Blooper spricht, so meint man damit Pannen, die während einer Aufnahme geschehen sind. Dabei handelt es sich meist um Versprecher oder auch um einen vergessenen Text während des Rekords. Doch auch wenn während eines solchen Requisiten plötzlich inmitten einer zu filmenden Szene unverhofft herunterfallen, jemand ungewollt stolpert oder aus einer Situation heraus einen Nachanfall bekommt etc. etc. spricht man vom Blooper. Diese werden dann letztendlich herausgeschnitten, jedoch sehr gerne als Bonusmaterial, beispielsweise auf DVDs, aber des Öfteren auch im Abspann eines Films oder einer Serie gezeigt, da man natürlich weiß, dass sich solche Blooper beim Publikum größter Beliebtheit erfreuen. Selbstverständlich kann es auch während Live-Sendungen zu solchen unvorhergesehenen Zwischenfällen kommen. Ebenso wie manche Blooper während einer Aufnahme manchmal auch gar nicht wirklich wahrgenommen werden, da Schauspieler sie gut zu überspielen wussten. Sprich, sie haben es verstanden, gut improvisieren zu können.